Komisch finde ich, viel, viel länger. Agent, dank Ihnen konnten wir einige wichtige Verbesserungen an unserer Operationsbasis vornehmen. Die Überwachungskameras sind wieder online und unsere Karte von DC im Lagezentrum ist aktualisiert. In der Kantine gibt es jetzt endlich vernünftige Kochutensilien und gemütliche Plätze zum Essen. Zum Entspannen ist ein Gewinn für die Moral. Wir bekommen regelmäßig Nahrung, Wasser und medizinisches Material. Einen Teil davon behalten wir, um einen Vorrat anzulegen. Die Überschüsse werden an Zivilisten in Not weitergegeben. Kaum zu glauben, dass wir wieder sowas wie Überschüsse haben. Das Weiße Haus erwacht wieder zum Leben. Machen Sie weiter so. Na, bist du. So, da werden wir gleich mal einschnuppern. Na, sicher. Geschütz. Instant. So, was hast du denn? Du hast da wieder so mehrere verschiedene, gell? Einmal das Standard. Flammenwerfer und? Aha. 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 Okay. Ja. Ich bleib beim Standard. Ja, ich bleib da mal lieber beim Standard. Ist mir lieber. Ist mir definitiv lieber. Auf alle Fälle. Und da kann ich dann noch ein paar... Achso, da brauche ich dann fünf, gell? Gibt es das aber auch mit Schutz? Äh, der Verteidiger verursacht ankommende Kugeln mit einem Schallmittler, der unter der Drohne angebracht ist, abzuwehren. Ach, das ist aber auch nicht schlecht. Äh. Werden wir eh sehen. Aber ist schon mal definitiv nicht schlecht. Finde ich echt in Ordnung. Beim Auffüllen eines Betreten eines sicheren Ortes werden auch alle Reparaturkits aufgefüllt. Oh, okay, das ist cool. Natürlich mal wieder die Vorteile. Die sind eh extrem sexy. Ja, erstmal einmal Inventar. Ja, da sag ich mal definitiv nicht. Nein, gib mir gleich ein bisschen mehr, gell? Fassungsvermögen. Kopfschüsse Kills bringen einen EP-Bonus. Wenn sie genügend Ressourcen an Kontrollpunkte spenden, wird für 10 Minuten das Erkennen von Behältern mit Beuten in einer Radisson verbessert. Jetzt passt auf kurze und lange Schienen. Belohnung. Mhm. Mhm, Ausrüstungen, okay. Nein, ich bleib einmal. Boah, ich nehm einmal sowas in der Richtung. Ja, fix. Ist auch nicht schlecht. Ich denk mir nur gerade so, aha, cool, super, Magazin. Ist das irgendwie gut? Ist das schlecht? Hab ich das jetzt erst freigeschalten, dass ich ein Magazin hab? Weißt du, was ich meine? Das kann alles sehr, sehr gut möglich sein. Dass man das jetzt dann freischaltet oder irgendwas in der Richtung. Alles ist möglich. Wirklich, alles ist möglich. Passt. Kann wirklich sein, dass ich jetzt erst das vorher geschalten hab? Hm? Kann, kann sehr, sehr gut möglich sein. Was hast denn du eigentlich, du so was? Sag mal hier. Bam, bam, bam. Ja, ja, ist eh klar für die aktuelle Stufe. Das ist sowieso klar. Dass der mir da noch nix gescheitzt gibt, ist sehr frech. Ich brauche mehr aus dem Spielzeug laden, sonst kann ich meine scheiß Karte nicht fertigstellen. Schon gut, Manny. Während der Sheriff hier Isaac geweckt hat, hab ich ein paar Türen eingetreten. Was rausgefunden? Ein paar neue Schimpfwörter. Was Nützliches? Ich weiß, wohin das Heilmittel geschickt wurde. Zum Kapitol? Wir kommen nicht durch die Verteidigung. Noch nicht. Doch wenn wir mit dem Satelliten verbunden sind und der Shade-Hauptknoten online ist, sind wir wieder voll einsatzfähig. Dann sind wir bereit. Und bis dahin, Präsident Ellis hat den Absturz überlebt und wird von einer der Fraktionen festgehalten. Wir müssen ihn finden. Ach, arm Arsch. Es könnte jederzeit zu einem weiteren Ausbruch der Seuche kommen. Wir brauchen keine Politiker. Wir brauchen das Heilmittel. Vielleicht brauchen wir ihn, um es zu bekommen. Es wird an einem sicheren Ort sein. Okay. Wir sehen, was wir tun können. Ich bin am Arsch. Soll ich mich jetzt geschmeichelt oder beleidigt fühlen, Manny? Na, bei der roter weiße Rita. Ja, aber... Kann zwar nicht mit Wurf umgehen, aber ist ja auch nicht schlecht. Oh, das hört man jetzt nicht, gell. Oh, das ist scheiße. Was gibt's denn? Das kann nicht sein. Doch, ich schwöre. Herzinfarkt vor einer Stunde. Die Reden der Saison hat Erfolg. Shit. Dann hat Mendes jetzt das Sagen. Das ist alles, was du dazu zu sagen hast. Es gibt ein Safehouse und eine Siedlung. Aha. Org. Dann machen wir das und dann hauen wir sie zur Siedlung rum. Ja, dann schauen wir, dass wir immer so eine Zwischenaktivität am Start haben. Ja, ich glaube, das ist so ein guter Mischmasch. Ich habe so das Gefühl, dass das ein echt guter Mischmasch ist. Zwei von acht? Das ist aber nicht so viel. Von den Aktivitäten. Das ist der App oder was hier. Ich glaube, die haben da ein bisschen was gesprengt. Ich bin mir mal nicht sicher. Ich bin mir mal nicht sicher. Ich finde es aber immer wieder geil, dass sie immer diese Referenzen da machen. Das ist eh super. Und ich finde es extrem wichtig. Ich finde es wirklich extrem wichtig, dass du halt immer wieder quasi auch das so vermittelt kriegst. Das finde ich super. Das ist halt einfach nur Teil 1 und von Teil 2 wird gar nichts mehr erwähnt, sondern wirklich, dass man da explizit in die Richtung geht. Finde ich super. Scheiße, falsche Waffe. Ja, rennst lieber, rennst. Demo, Gott, was ist mit dem Geschütz, Alter? Das ist ja gar nichts. What the fuck, was ist mit dem Geschütz los? Fehlfunktion, oder was? Ja, weiter. Da sind wir nicht ab, oder was ist mit dem Geschütz? Biri, muss ich extra anvisieren? Was? Alter, das ist ja ein heftiges Downcrate dann. Das Geschütz. Also wenn ich Wow Okay Wow Wow Ich bin gerade megamäßig enttäuscht Warten wir noch ab Warten wir noch ab Aber vielleicht muss er wieder nicht hassen Muss er nichts hassen Aber sonst Das ist ein fettes Downgrade mit dem Geschütz Wenn ich jetzt jedes Mal Einen Gegner anvisieren muss Geil wäre es Das wäre aber auch relativ geil taktisch Wenn man sagt okay man tut nur den einen Bestimmten anvisieren Falls man natürlich Irgendein beschissenes Gefecht hat Oder irgendwas Soll er den einen quasi anvisieren Du hupfst einfach zur nächsten Dann ist es was geiles Dann sage ich mir definitiv Ja auf alle Fälle nimmst du Aber sonst ist es ein bisschen kacke Mich jetzt jedes Mal aufs Neue Wenn ich irgendjemandem anvisieren muss Weil sonst ist das Geschütz Boah Ich bin das Geschütz nicht Ganz ehrlich Ich bin das Geschütz nicht Wenn ich Da bin ich lieber im Gefecht Mach bam 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 Weil da habe ich den 20 Mal schon besiegt Für das dass ich dann einmal anvisiere Ne 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 Ich hoffe dass es jetzt nur Ein depperter Zufall war Oder irgendwas in der Richtung Dass man der Ja schön brav auch Die Gegner anvisiert Weil wenn ich jetzt jedes Mal Einzel und jeden aktivieren muss Na komm Ne 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 Das ist so dermaßen Fettes Downgrade dann Für das Geschütz Ich habe das Geschütz geliebt In Thailand So jetzt zeig einmal hier was kannst Zeig einmal hier Zeig einmal hier Wow Wow Okay er greift dann Ja er greift dann einfach Den nächstbeliebigen an Okay Ja 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 Bin ich nicht so ganz zufrieden Ne 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 Okay ja Ich muss halt quasi nochmal Auf anvisieren drücken Und das ist überhaupt kein Thema Aber Ne Weißt Manchmal du hast halt einfach So diese Gefechte Wo du einfach werfen musst Oder einfach quasi Nicht die Zeit dafür hast Wenn es wirklich Kritisch wird Dass du jetzt explizit noch Zu den Gegnern Da Den anvisieren musst Oder irgendwas in der Richtung Hm Das ist für mich ein Downgrade Das ist Ja das Geschütz Ist schon geil Aber macht dafür Wenigstens ein bisschen mehr Schaum Also wenn ich mir das jetzt quasi So vergleich Früher und jetzt Mach das schon mal definitiv Einen anderen Unterschied Vom Schaden her Und das ist jetzt safe room Oder was Na bis Deppern in der Kirche Oder was Na ha Wetteri Jetzt zeig ich mir Erdl Also muss ich sogar extra noch Befreien von den Gegnern Den safe room Ah Also ist das einmal Ein bisschen was anderes Dass du erst den safe room Erobern musst Oder war das jetzt einfach Nur Zufall Ja es kann sein Das ist auch einfach Jetzt nur der depperte Zufall war Kann schon gut möglich sein Ja reinkommen Tun sie eh nicht Das ist der einzige Ort Hier in der Gegend Den die Hyäne Es nicht angerührt haben Gut für uns Ich habe hier interessante Aufklärungsdaten Aber sonst Schauen wir es sich mal Schauen wir es sich mal an Schauen wir es sich mal an Schaut dir irgendwie Extrem verlassen aus Komplett Da haben sie alle Hände voll zu tun Viel Glück Ich habe schon gesehen gehabt Na bist du deppert Oh ja Oh ja Da gibt es definitiv so einiges Na bist du deppert Schwierigkeitsgrad Story Aha Ah jetzt Rekrutierung Nebeneinsätze Dann hätte ich gesagt gehabt Dann schaue ich mal in die Richtung Ah da hast du eh auch gleich So Nebeneinsätze Bam 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 Man das sind aber eh Mehr als genug Aktivitäten Mich interessiert das eh auch gleich Mit den Behältern Und alles drum und dran Au Ah da siehst du Sehen Nachschub Zu einem verbindenden Kontrollpunkt Aktivitäten Technologiebehälter Ah Das Damit man dann gleich Ein bisschen mehr motivierter ist Mit Nebenaufgaben Und alles drum und dran Finde ich gut Aber diesmal bist du so ein bisschen So forever loan mäßig Muss ich auch wieder Achso das ist Verkauf Das ist meins Das ist so Wegen Bergung und alles drum und dran Aber ja Kann ja irgendwer haben Ist mir wurscht Das Lassen wir mal Sicher sicher Das kannst du auch Da kannst du auch Relativ scheißen Geh Ja weißt nicht Willst du was hergeben Kannst du gern was hergeben Mir ist wurscht Blunder verkaufen Ja tu mir den ganzen Blunder verkaufen fix Ja es ist eigentlich quasi nur Verkaufen Und tschüss baba Ich hätte mir vielleicht gedacht Dass man da vielleicht Irgendwas aufopfern kann Oder sonst was Das wird geil Gibt es nicht schon genug Behörden In diesem Land Das ist weniger eine Behörde Als vielmehr eine Art Letzter Bastion Ohne Hierarchien Rechenschaft Wird direkt Gegenüber dem Präsidenten Abgelegt Und ich kann machen Was ich will Ja was nötig ist Miss Carso Wenn sie aktiviert werden Erhalten sie Sehr hohe Gerichtliche Befugnisse Sehr hohe Gerichtliche Befugnisse Was Also gut Ich bin dabei Ich mache den Papierkram fertig Auswahl ist in 6 Wochen Viel Glück Na boom Ja ne sicher Ne mit Ne mit Alles was das Herz begehrt Ne sicher Da haben wir schon wieder was Das ist ja das Ich brauche irgendetwas Damit ich das immer Auf der Karte sehe Das ärgert mich ein bisschen Ich muss das Gefühl Oder ich verbiete Verpasste Hälfte Irgendwie Oh Gib er Am Da Tschüss Tschüss Nicht auch Ich habe vor Dass das Geschütz Nicht dabei ist Müsste ich jetzt Aber dann ausprobieren Die Drohne dann Würde ich dann Vielleicht sogar schauen Dass ich die Drohne Vielleicht in den Angriffsmodus Starten kann Dass ich Vielleicht die So machen könnte Dass man dann Nicht immer den Automatischen Hasen Dann mal wieder Am Start hätte Weil jedes Mal Draufdrücken Ist schon ein bisschen Eine zache Partie Wie gesagt Es kann manchmal Zu Situationen führen Wo du das einfach Aus der Hektik Oder irgendwie vergisst Und plötzlich Macht die Drohne nichts Und das wird dann doch Sehr sehr scheiße Stepp Da gibt es was Da gibt es was Da gibt es was Alles was das Herz begehrt Ein Wahnsinn Ich wollte gerade sagen Das soll mich Jetzt hindern Oder was Na alter Forschen Kennst du Mit anderen Ah und das Sind diese Sogenannten Behälter Ah Okay 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 Dann gut 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 Dann werde ich Das quasi auch Gleich mal so Durch Durchgehen Dann hätte ich Gleich gesagt Dann mache ich Das dann In der Richtung Dann schaue ich Dass ich da Immer alles fertig Mache Alle Behälter Alle Nebenquests Das, das, das Da gibt es Ja ein bisschen Mehr Behälter Aber wurscht Stell mich rein Was erledigt ist Ist erledigt Hätte ich gesagt Außer es kann sein Dass die dann Immer wieder Neu zurückkommen Das ist dann Wieder was anderes Wenn die immer Wieder stetig Neu zurückkommen Das ist dann Vielleicht Eine zache Partie Dann mache ich Wieder ein paar Hörer Na schau Mir ist genug Da Nehmen wir Gleich Geschütz Sicher Kann es gleich Aktivieren Das ist glaube ich Auch einfach Nur so eine Gewöhnungssache Würde ich jetzt Mal sagen Ich glaube Es ist einfach Gewöhnungssache Dass man jedes Mal auf Neu Auf R1 Aber für mich Ist das halt Einfach ein Downgrade Muss ich sagen Weil ich habe Immer dieses Automatische Habt Der hat Gemacht Der hat Durrt Das, 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 das Das fand ich Super Das fand ich Echt geil Aber jetzt Muss halt einfach Jedes mal Anvisieren Im Aufpassen Schießt Der jetzt Ehe Off Den Gegner Oder nicht Sie ist Das ist für mich Ein Downgrade Leute Tut mir leid Ich glaube nicht Dass wir noch mehr Tragen können Noch nicht mal Diese Medikamente Die wiegen Nicht viel Das Gewicht Ist nicht das Problem Es ist einfach Zu viel Bist du sicher Dass wir das Hier lassen Soll Mir wäre es anders Auch lieber Aber es sind Nur Medikamente So viele Asthmatiker Gibt es eh Nicht mehr Moment Ich habe Eine Idee Ruf mal Jay her Wozu Ich wette Der kann Die Kiste So präparieren Dass sie jeden In die Luft Jagd Der versucht Sie aufzuheben Oh cool Hey Jay Komm mal kurz Hier rüber Achso Habe ich ja schon Gmacht Oh Ich finde das So geil Leute Du Gehst ein paar Meter Schon wieder Neiges Audio Gerät Gehst wieder Ein paar Meter Wieder Das nächste Audio Gerät Ja man Na wenn wir Da schon Beim Fragezeichen Sind Was soll ich denn Tun Leider Leider Was soll ich tun So Kannst Gehwerfen Da Zack Tschüss Bam 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 Wichtig und Wichtig Ich kümmere mich Gleich um den Andern Das ist Ein Violett Na schau dir das An Na bist Eber Den wohl Immer Du Kannst mir Gar nicht Mal zuschauen Kannst mir Gar nicht Mal Anschauen Nein 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 Und Der ist Schon wieder Der Nächste Und Wieder Der Nächste Und Wieder Der Nächste Passt Kommen Sie Kommen Sie Ich mische Jetzt nicht Muss ich Jetzt wieder Aufs Neue Anwisschen Ohne dem Funktioniert Nix Wenn nicht Anwisschen Passiert Nix Beim Geschütz Ja Ne 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 Das ist Fettes Downgrade Ne 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 Das kann ich Nicht Akzeptieren Dieses Chillige Einfach Werfen Vom Geschütz Haben sie Komplett Ruiniert Vielleicht geht es Später Dann Dass man das Wieder So hat Wie Früher Dann Ist Cool Dann Habe Ich Nichts Gesagt Dann Ist Bombe Dann Ist Geil Aber Derweil Ist Es Für Mich Grad Aktuell Ein Fettes Downgrade Ich Weiß So Nicht Ob Der Soweit Schießen Aber Passt Da 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 Gegner Da Du Mal Sicher Zuerber Können Das Geschütz Mehr Machen Sicher 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 Da Ist Einmal Zweimal Schöner Schutz Genau Fem Kopf Alter Pass Auf Du Du Dapper Du Da Kann Hinten Geht Meier Ja Versteck Dich Ruhig Hast Ehre Recht Hast Ehre Ruhig Versteck Dich Gleich Wenigstens Kontrollpunkt Haben wir Da Auch Am Start Ja Wie Gesagt Ich Schau Dass Ich Immer Wieder Gleich Alles Mache Wenn Ich Schon Da Bin Sicher Mir Aktivitäten Also Mehr Ich Will Jetzt Nicht Sagen Darauf Geclustert Aber Es Ich Find Es Cool Du Es Gleich Bam 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 Jede Menge Also Wirklich Eine Schöne Menge Da Kann Man Echt Nix Sagen Da Hat Man Echt Eine Schöne Menge Aktivitäten Was Man Gleich Voll Führen Kann Das Führen Super Und Bin Aber Gespannt Ob Man Das Natürlich Auch Weniger Machen Kann Okay Die Das Man Halt Wenigstens Auf Die Richtung Achten Kann Anführer Perfekt Bist De Epo Der Ist Gar Nix Mehr Plötzlich Gar Nix Mehr Kehr Da Bist Du Wahnsinnig Oder Du Anderes Irgendwem Anwes Mir Ist Wurscht Abzog Du Erwischt Erwischt Ja Gar Nix Wie Gesagt Fettes Downgrade Fettes Fettes Downgrade Das Geschütz Fällt Mir Überhaupt Nicht Aber Es geht Ehe Es Nicht So Dramatisch Aber Hat Am Boden Die Socken Hinkaut Das Ist Geil Das Ist Geil Gemacht Das Ist Extrem Geil Gemacht Bist So Dermassen Eingeschränkt Und Das Ganze Ist Echt Ein Hit Registriere Zusätzliche Feindkontakte Aber Wenigstens Von Anderen Richtung Gell Du Siehst Schon Die Die Paar Meter Was Noch Brauchen Und Alles Oh Geil Wie viele Meter Sind Es Noch 50 Meter Na Biste Bist Bist Immer Da So Bin Eh Schon Wieder Fertig Der Fleisch Oder Was Halt Ich Sag Das Geschütz Ist So Dermassen Unnettig Täuscht Mich Richtig Enttäuscht Mich So Dermassen Das Geschütz Das Ork So Na Na Ich Kann Ich Kann Es Irgendwie Nicht Akzeptieren Es Enttäuscht Mich So Dermassen Das Geschütz Das Ork Das Wirklich Ork Vielleicht Wollten Sie Einfach Dass Man Die Anderen Sachen Dafür Umso Mehr Nutzt Kann Ich Mal Relativ Gut Vorstellen Weil Vielleicht Hat Man Gesehen Ghabt Dass Keiner Irgendwie Andere Sachen Nutzt So Andere Gadgets Oder So Und Wie Ist Das Auch Auf Gefallen Ab Ein Das Gleich Das Gleiche Verhältnis Ist Oder Dass Man Sich Ein Bisschen Aus Probiert Dass Man Sagt Okay Passt Nicht Immer Eins Eins Immer Der Gleiche Scheiß Trick Das Kann Ich Mal Relativ Gut Vorstellen Dass Man Sich Vielleicht Ein Bisschen Auch Aus Probiert Ein Bisschen Experimentiert Mit Die Sachen Das Könnt Schon Gut Möglich Sein Dass Die Sich Das Dach Ghabt Haben Na Probieren Wir So Oder So Aber Trotzdem Für Mich Wenn Du D Division 1 Gespielt Hast Und Dann Das Sie Denkst Du Wie Könnt Sie Nur Aber Vielleicht Gibt Es Oder Irgendwas Wo Das Geschütz Dann Von Automatik Wieder Also Automatisch Wieder Agiert Oder Irgendwas In Der Richtung Kann Sehr Sehr Gut Möglich Sein Gott So Dann Habe Mehr Als Genug Von Den Sachen Mehr Als Genug Fast Perfekt Gespendet Auch Noch Ich Muss Schauen Wegen Befreiung Wegen Die ganzen Aktivitäten Und Alles Drum Und Dran Ich Will Das Natürlich Gleich Mal Alles Fertig Kriegen Aber Stufe 5 Oh Behälter Wichtig Oder Richtig Morav Da Die Hitten Da Macht Sogar Das Level Sogar Noch Ein Bisschen Mehr Spaß Muss Ich Sagen Weil Du Immer Weißt Du Kriegst Den Behälter Das Torgt Mir Kann Man Machen Oder Wo Sehe Ich Das Eigentlich Dass Ich Zu Viel Oder Zu Wenig Hab Das Würde Mich Interessieren Von Den Waffen Oder Sonst Was In Der Richtung Würde Mich Echt Interessieren Ja Komme Eh Weg 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 Oh 1 1 1 Bist 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 schlecht. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Ein bisschen schauen, ein bisschen stierln. Sicher. So zack, zack, zack. Wichtig und richtig. Ja, Fertigkeiten steigen auch einmal ein bisschen. Ja, von mir aus. Wenn es sein muss, muss es auch einmal wieder steigen. Ja, meine Güte. Ich hätte gerne wenig irgendwo gesehen gehabt. Achso, da oben ist Scharsauger da. Da oben ist das. Ich denke mir schon die ganze Zeit, wo ist der Scheißdreck, wo ist der? Das ist da ganz oben da, der Blödsinn. Na, B-Stap oder der wirklich Scharsauger hoch 10. Schlimm, 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 schlimm. Und wir gönnen sich jetzt einmal den Behälter. Okay, komplett neu ausgerüstet. Sturme. Maschinenpistole. Ein Wahnsinn. Geile. Ein Wahnsinn. Da, zeig ich einmal her. Da, nehmen wir gleich mit. Alles, was das Herz begehrt. Es deppert. Mein sogenanntes geliebtes Großbritannien. Ein Wahnsinn. Bin eh schon gespannt. Wenn ein Untergrund und alles drumherum kann. Wie das in die Richtung geht. Aber so, 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 so das Gefühl vom Gebäude oder irgendwas habe ich jetzt nicht so dermaßen dabei. Also ich ständig in irgendein Gebäude oder sonst ist es reinlaufen. Elektronisches Gerät erkannt. Es kommt vielleicht erst. Es kommt vielleicht erst, ja. Hm, kannst klar ausrüsten, mein Freund. Ein tragbares elektronisches Gerät erkannt. Es ist leicht zu töten. Es ist leicht Menschen zu töten. Wenn man sie als Menschen ansieht, wird es sehr viel schwerer. Aber wenn man einfach nur auf die Bilanz schaut, was für ein Hindernis jemand darstellt oder wie sehr es einem nützt, jemanden noch eine Weile atmen zu lassen, dann ist es eine einfache Rechnung. Und einfache Rechnungen sind leicht. Fast so leicht wie zwei Kugeln in den Torso und eine dritte in den Kopf. Stepper, der ist anscheinend echt motiviert. Sehr, sehr. Passt, passt, passt. Weißt du, ich muss immer wieder überprüfen, ob der Sound eh passt. Es kommt immer auf den jeweiligen Chat an, ob er aktiv ist oder nicht. Da will ich dann halt sicher selber drauf achten, ob eh auch alles passt oder nicht. Aber ich habe es mir gerade gedacht. Ich habe es mir gerade gedacht, ob es da was gibt. Aber da sind eh schon wieder ein paar Hover unterwegs. Ja, da sind eh schon wieder welche unterwegs. Stepper, oder? Crime Alley, oder was? Wenn man gleich zum Batman, Alter. Na, bis steppert. Ui, 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 ui. Klingt ganz, ganz gefährlich, Alter. Klingt ganz, ganz gefährlich, Alter. Klingt ganz, ganz gefährlich. Ich habe wirklich wieder Bock auf Akema Salon. Oder Akema City oder Akema. Viel viel besser. Wie wird denn da eigentlich los? Feins? Und was wird es hier eigentlich? Also, wir sind eigentlich eh fertig. Können wir dir gerne reinbringen. Aber dir? Ja, ja. Gib mir halt ein bisschen was. Ja, sicher. Stellt mir nicht. Pff. Die brauchen aber ständig irgendwas. Das ist ja das. Das ist ja wirklich lustig, Alter. Hat er jetzt wenigstens eh auch ein paar Komponenten gehabt. Aber wenn ich das wenigstens auch sehen würde, dann würde ich mir auch definitiv ein bisschen einfacher tun. Aber da ist der eh wenigstens Mess genug. Ist einfach nur das Tepper zum Sammeln. Hahaha. Ist einfach nur zu feuer oder das Tepper zum Sammeln gewesen. Mehr ist eh nicht gewesen. Aber es ist eh, wenn ich schon da bin. Und wenn es auch natürlich auch ein bisschen was gibt. Muss sich gegönnt werden. Aha. Was haben wir denn da für ein Leckerli? Ihhh. Ihhh. Da stecken Digga. Elektronisches Gerät erkannt. Du hängst in letzter Zeit viel mit Peter um. Ja und? Der Junge bedeutet Ärger. Bedeutet Ärger? Mann, musst du so geschwollen reden? Das ist ja peinlich. Ich weiß, dass ihr beide euch nachts davon schleicht. Und wenn schon. Du kannst mich hier nicht einschließen. Fiki, Fiki. Ich will nur, dass du dir der Risiken gewusst bist. Ich habe Neuigkeiten für dich, Mom. Es ist die verdammte Apokalypse, okay? Am lieben zu sein ist ein Risiko. Wir versuchen nur in diesen Höllen noch etwas Spaß zu haben. Diese Hainas mögen wie jetzt wie Spaß erscheinen. Aber in dem Moment, in dem sie sich was davon erhoffen, werden sie dich hintergehen. Hör mal. Peter kennt sie, okay? Die tun uns nichts. Nein, Ellie. Tu das nicht. Vertraue ihnen nicht. Wir interessieren sich ausschließlich für sich selbst. Vergiss wenigstens das nicht. Wenn es das einzige ist. Das ist das nächste Mal. Oh, stark. Finde ich schon ein starker Moment. Wichtig. Wichtig. Sehr, sehr wichtig. Finde ich geil. Finde ich extrem geil. Die Waffen lässt sich aber sehr, sehr gut spielen. Holy moly. Alter, die verzirkt ja gar nicht. G36. Na best du dapper. Die hat eine Stabilität. Muss ich auch sagen. Also waffentechnische. Du kannst echt wirklich sehr, sehr gut mit den Waffen umgehen.